Die Saison 2023-2024 ist vorbei und damit beginnt die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im eigenen Land und ich bin ganz ehrlich, ich bin hyped wie nie auf ein großes Turnier. Warum das Ganze so ist und was es auf diesem Kanal so geben wird, all das in dem Video. Schreib mal deine Meinung unten in die Kommentare. Hast du Bock auf das Turnier oder ist es dir eigentlich egal? Und abonniere gerne den Kanal, um auch kein Video mehr zu verpassen. Der erste Grund, warum ich richtig Bock auf die CM habe, ist die deutsche Nationalmannschaft an sich, denn das ist eine Mannschaft, die ich einfach geil finde. Also da sind Spieler dabei, wo ich richtig Bock habe, die einfach zu sehen, denn das sind mittlerweile auch Spieler, wo ich das Gefühl habe, die haben es sich auch einfach verdient und die sind nicht nur wegen irgendeinem Namen dabei. Ich erinnere da an einen Dennis Undaff, ich erinnere da an einen Waldemar Anton, ich erinnere da auch an Maxi Bayer, vielleicht schafft der er es nicht, das kann ja durchaus sein. Ich erinnere da an so einige andere Spieler, die einfach richtig Bock machen, die für mich persönlich auch etwas nahbarer wirken als die Spieler, zum Beispiel in 2018, in 2021 war es ja dann bei der WM in Katar in 2022. Das sind Spieler, die habe ich richtig Bock zusammen zu sehen und gleichzeitig hat Deutschland ja und so muss man auch sagen, einen richtig guten Kader, der durchaus konkurrenzfähig ist. Ich meine, wir haben Würz, wir haben Musiala, wir haben auch hinten immer noch einen Kimmich und Rüdiger, wir haben einen Gündogan, den vergisst man so schnell, weil der in der Nationalmannschaft nicht immer so gut ist. Wir haben vorne einen Völkrog, der hat jetzt gerade ein Champions-Sieg-Finale gespielt und so weiter. Deutschland hat eine richtig gute Mannschaft und die müssen es jetzt auf den Platz bringen. Natürlich, es gibt auch andere Nationen, die kranke Mannschaften haben. Frankreich kann gefühlt zwei Nationalmannschaften stellen und wäre immer noch Favorit. England, Spanien und so weiter. Aber Deutschland wirkt konkurrenzfähig und das haben mir auch die letzten Spiele durchaus gezeigt, denn insbesondere die letzten Spiele haben das Ganze ja nochmal entfacht. Da ist ja nochmal was ganz Neues wieder entstanden, weil auch bei mir war es jahrelang so, dass es mir eigentlich komplett egal war. Ich hatte nicht so wirklich Interesse, ich habe es mal geguckt, mal nicht, es ist mir egal gewesen, wenn ich mal ein Spiel verpasst habe. Aber ich fühle mich komplett wieder angezündet, auch weil die Mannschaft, wenn ich mir die Namen durchlese, mich richtig abholt und ich richtig Bock habe, die Spielen zu sehen. Doch es ist natürlich nicht nur die Mannschaft, sondern es ist auch der Trainerstab dahinter. Allem voran erstmal Julian Nagelsmann. Der Mann ist noch so jung und trainiert die deutsche Nationalmannschaft. Weil, und so ehrlich müssen wir auch sein, sehr häufig sind es ja dann doch eher so etwas abgehalfterte Trainer. Vielleicht Trainer nicht unbedingt des ersten Regals, so ein bisschen zweite Reihe, zweites Regal, wo man sagen kann, ja, die sind klasse, die sind gut, aber die sind vielleicht nicht die krassesten Trainer auf Erden. Klar, es gibt immer wieder Unterschiede, also in De Bosco oder wie sie nicht alle heißen, Ancelotti wird Nationaltrainer. Wenn sie da Nationaltrainer werden sollte, irgendwann, absolut. Aber häufig sind es eben nicht die allergrößten Namen, die eine Nationaltrainerposition übernehmen. Und Julian Nagelsmann gehört da für mich aber rein. Der ist eigentlich Top-Niveau, der ist absolutes Top-Tier, der könnte bei vielen internationalen Großmächten trainieren. Er hat sich dafür entschieden, bis 24 erstmal hier die EM zu machen und dann bereits vorzeitig auch bis 26 zu verlängern. Und ich finde das mega geil, weil der ist noch jung, der ist frisch, der bringt neue Dinge mit ein. Und das ist jemand, gut, man kann sagen, ehrlicherweise, entweder du kommst mit dem klar oder du magst ihn überhaupt nicht. Aber ich finde, das ist genau das, was die Nationalmannschaft jetzt gerade braucht, damit man sich neu aufstellen kann, damit man diese Idee weiter umbauen kann, auch in den Jahren danach. Aber ich glaube, auch jetzt wird das schon richtig gut funktionieren. Und dann hast du noch einen Sandro Wagner dabei, der durchaus kontrovers ist, das gebe ich zu. Ich finde ihn aber cool. Ich finde ihn super. Ich weiß, der weiß manchmal ein bisschen zu sehr, dass er ein etwas kultiger Typ ist, aber ich finde ihn immer noch in einem Rahmen, wo es einfach für mich passt. Es gibt Leute, die übertreiben es dann ein bisschen. Der hat aber dabei auch noch richtig Ahnung und das vergisst man sehr häufig, weil häufig hört man noch im Kopf so ein bisschen diesen Sandro Wagner, der halt irgendwie auch den ein oder anderen blöden Spruch bringt, auch bei The Zone, wo er dann gearbeitet hat. Aber das ist ein richtiger Fußballfachmann. Wenn der über Fußball redet, wow, dann zieht es dir aber die Latschen aus. Und dementsprechend finde ich das eine geile Kombi, die mir richtig Hoffnung macht, dass da auch die richtigen Elf am Ende auf dem Platz stehen und dort am Ende gut für uns etwas bei rumspringen kann. Und ja, ich weiß, man muss auch hier sagen, wieder bei der Vergabe der Leute kann man immer noch hinterfragen, wo ist zum Beispiel Mann Mats Hummels. Natürlich. Es wird aber immer mal wieder Leute geben, wo man sagen kann, hätte man doch eigentlich mitnehmen können, oder? Aber alles in allem finde ich die meisten Nominierungen durchaus gerechtfertigt. Klar, ein, zwei Leute mehr, beziehungsweise ein, zwei Leute, wo man sagt, die hätte es nicht gebraucht, wird es sehr wahrscheinlich immer bei jedem Trainer geben. Doch dann sind es auch die Aktionen drumherum, die mir richtig gut gefallen haben in dieser Saison. Es ist das Thema Trikot. Wir haben nun mal ein Trikot dabei, was für viele Menschen immer noch sehr polarisierend wirkt, weil es eine sehr auffällige Farbe hat. Und dass dann schon initiativ direkt eine Kampagne dagegen gefahren wird, ein Video, was das Ganze entkräftet, fand ich schon genial. Das war so ein cleverer Move. Dann diese Verkündung der Nominierungen, wo man mehrere Tage eine Art Schnitzeljagd hatte und überall ein neuer Pick verkündet wurde. Auf YouTube, im Fernsehen, in einem Dönerladen, in einer Bäckerei, glaube ich, war es und wo es nicht alles gab, bei einem Konzert. Das war so geil. Und ich bin da nicht mal so aktiv gewesen und habe so krass gesucht online. Aber es gab ja einige von euch da auch draußen, die wirklich aktiv geschaut haben, ey, wo finde ich jetzt eventuell etwas. Das fand ich so gut gemacht. Das war so eine kluge Idee, um die Fans mit abzuholen. Und die Fans hat man auch abgeholt, indem man die Torhymne jetzt ändert. Denn man hatte das erst ursprünglich für einmal gemacht. Jetzt soll es wohl dauerhaft sein, dass man Major Tom als neue Torhymne hat. Versteht mich nicht falsch. Kernkraft 400 ist geil. Das ist eine mega geile Torhymne. Die hört man sich super gerne an. Aber Major Tom ist iconic. Selbst für junge Leute. Es ist egal, wie jung du bist und wenn du nur 13 Jahre alt bist, du wirst dieses Lied kennen und du wirst höchstwahrscheinlich die Melodie bzw. den Text für diese Textpassage kennen. Du wirst es wissen. Du wirst es mitgrüllen. Das macht so viel mehr Bock. Stellt euch einfach mal vor, Deutschland schießt ein Tor und auf einmal fangen 40, 50, 60.000 Leute an, diese Torhymne mitzugrüllen. Da kannst du mir nicht sagen, dass Kernkraft 400 geiler ist. Major Tom, eine geile Idee, super gemacht jetzt auch von DFB, dass man sagt, okay, wir übernehmen das und dementsprechend diese gesamten Aktionen drumherum 1+. Und die haben richtig dazu beigetragen, dass nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch der Hype wieder entsteht. Und zu guter Letzt muss ich natürlich auch gestehen, es ist natürlich auch der Ort der Europameisterschaft. Sie findet im eigenen Land statt und sowas hast du halt nicht häufig, dass eine EM im eigenen Land stattfindet. Ich meine, ich war schon happy, dass ich die WM 2006 in Deutschland mitbekommen habe. Jetzt bekommen wir auch das nochmal mit. Wie geil ist das denn? Ich habe ehrlicherweise für knapp 800, 900 Euro Tickets angefragt. Ich habe 0 bekommen. 0. Nicht ein einziges Ticket. Das tut natürlich weh, aber das muss ich akzeptieren. Und dann schaue ich die Spiele halt woanders. Aber trotzdem, hier in der Umgebung, du spürst das schon die ganze Zeit, es geht bald los. Ich bin sogar soweit mittlerweile, dass ich mir ein Ticket gekauft habe für die deutsche Nationalmannschaft gegen Griechenland. In Gladbach das letzte Testspiel vor der EM, das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Aber natürlich muss man dazu sagen, dass das Ganze hier in Deutschland stattfindet, das trägt nochmal seinen Teil dazu bei. Natürlich wäre es auch geil in Frankreich, in Spanien, in Portugal oder sonst wo. Aber hier vor Ort, direkt um die Eck jetzt, komme ich auch noch aus dem Westen. Das bedeutet, hier sind Stadien en masse, die irgendwo in der Umgebung näher oder kürzer sind. Also Gelsenkirchen, Köln, Dortmund, ein bisschen weiter auch noch Frankfurt und so weiter. Das ist halt geil. Und dementsprechend auch der Ort für mich perfekt. Und dementsprechend wird es auch ab jetzt regelmäßig EM-Videos geben. Trick-Ranking, Spielplanprognosen, Vorschauen allgemein, irgendwelche Guides noch und so weiter. Es wird natürlich auch für die zweite und erste Bonin-Siga-Noff-Videos geben, ganz klar. Aber es wird auch EM-Content kommen en masse. Ich habe richtig Bock drauf. Schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare, bis du hyped oder eher nicht so. Du guckst sie vielleicht, aber so richtig Bock hast du nicht. Schreib es gerne rein und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.